Hallo ihr Lieben, ich bin Xenia von der Miss und heute fragen wir Wien zum Thema CBD und jetzt bin ich ganz gespannt was wir da für Antworten bekommen werden. Hast du CBD schon mal probiert? Nein, aber ich kenne es und ich finde es gut, dass man eine Option hat sozusagen Gras mit THC zu rauchen oder zu wappen. Ich finde es eigentlich ganz cool, also ich habe es schon ausprobiert und es macht eigentlich voll viel Spaß. Es ist halt nicht so wie THC, dass man sagt, ja man ist jetzt komplett weg, man kann sich nicht mehr klar denken, also ich fand es ganz cool. Ich habe mich jetzt nicht viel damit beschäftigt ehrlich gesagt, aber es stört nicht. Also ich finde, dass es eine gute Alternative ist, eben im Bereich Medizin, weil eben gerade für alte Menschen glaube ich, dass es einfach, im Gegensatz zu THC hat es eben den Vorteil, dass es medizinisch ist und du eben nicht heil wirst, aber du hast halt die Vorteile davon, dass du entspannt bist und ich denke, dass das gerade bei so Gelenkschmerzen oder so ein großer Fortschritt sein kann. CBD ist großartig. Super. Das ist sehr gut, das ist sehr gesund, man weiß, dass es bei Krankheiten hilft, wenn man Schmerzen hat und so, das ist was wunderbares und was ist damit? Hast du das schon mal probiert? Nein, nein. Also ich habe es noch nicht probiert, aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn das Leute machen. Es ist eigentlich wurscht, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, alles, was legal ist und hilft, ist sicherlich eine Bereicherung für die Menschen, die halt, wie zum Beispiel Schmerzen, also Schmerzpatienten, denen anderes nicht hilft. Ich finde es ganz okay. Also ich sehe keinen Grund, warum es nicht verboten werden sollte. Es hat ja gewisse gute Wirkungen und ich habe schon Produkte damit benutzt und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Wie findest du CBD? Also nach dem, was du mir erklärt hast, hört es sich für mich so an, als müsste man das mehrheitlich rauchen oder würde man das rauchen. Und das bedeutet, nachdem ich Rauchen nicht gut finde, weil es der Gesellschaft schadet, finde ich konsequentiell auch dieses Produkt, egal in welcher Abstufung, wenn es geraucht werden muss, eigentlich nicht zielführend, weil egal wie sehr es entspannt am Ende des Tages durch den Tabak- und Nikotinkonsum, der damit einhergeht, schadet das Gesellschaft letzten Endes doch wieder. Ich habe nicht so eine eindeutige Meinung dazu, weil ich es selber noch nicht probiert habe, aber ich habe irgendwie keine abwehrende Haltung dagegen. Ich denke, das ist die Entscheidung der einzelnen Konsumenten dann. Grundsätzlich finde ich, ist der Geruch sehr toll, muss ich mal sagen. Und wenn das wirklich so ist, dass man davon keine gesundheitlichen Risiken davonträgt und das auch noch hilft bei gesundheitlichen Sachen, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und ich würde es auch in Ordnung finden, wenn man sowas in der Apotheke kriegen würde, wo man sagt, man kann das auch kontrollieren auf irgendeine Art und Weise, finde ich sehr gut. Würdest du CBD kaufen? Klar, also ich bin sicher auch so jemand, der das mal ausprobiert. Und wenn es hilft, dann würde ich das sicherlich auch kaufen. Würde ich, wenn ich nicht gerade am stillen werde, so würde ich es bestimmt ausprobieren. Ah, es hätte ich aufgehört, dazu kippen eigentlich nicht mehr, nein. Würdest du es selber auch ausprobieren oder hast du es schon mal ausprobiert? Nein, habe ich nicht, aber ich denke, wenn es mir hilft, jetzt wurscht auf welche Weise auch immer und es eben keine gesundheitlichen Risiken mit sich bringt, selbstverständlich, warum nicht? Riechen tut es ja gut. Habe ich schon einmal ausprobiert, fand ich ganz so angenehm, aber ich weiß nicht, für mich persönlich ist es nichts, glaube ich. Bleibe ich lieber beim Bier. Habt ihr es schon mal konsumiert? Ja. Ja. Und in welcher Form? Geraucht. Ja, auch. Geraucht, ja. Und was für Produkte hast du da benutzt? Na, es gibt zum Beispiel so Hanfriegel oder sowas und Kosmetikprodukte. Ich habe es verwendet, weil ich halt ziemlich gestresst war und alles und das hat mich halt wirklich runterberuhigt. Also jedem, der gestresst ist oder so, kann ich das wirklich empfehlen, weil es ist auch extrem sehr entspannend. Also man kann sich super darauf einschillen.